So spürst Du, dass Du Dich mitten in einer wichtigen Lebensveränderung befindest. Mitten in einer wichtigen Lebensveränderung zu stecken, kann eine Zeit der Unsicherheit, aber auch der aufregenden Möglichkeiten sein. Es ist eine Phase, in der sich die Weichen für Deine Zukunft stellen und Du Dich auf neue Herausforderungen vorbereitest. Die Zeichen dafür können subtil sein, aber auch offensichtlich und sie signalisieren, dass sich etwas Großes in Deinem Leben abzeichnet. Vielleicht spürst Du eine Unruhe in Dir, die Dich antreibt oder Du bemerkst Veränderungen in Deinem Denken, Fühlen und Handeln. Es könnten auch äußere Umstände sein, die sich plötzlich verändern und Dich dazu zwingen, Dich anzupassen und zu wachsen. In unserem heutigen Podcast verraten wir Dir 12 Zeichen, die darauf hinweisen, dass Du Dich inmitten einer bedeutsamen Lebensveränderung befindest. Betrachte sie als Wegweiser, die Dich dazu ermutigen sollen, Veränderungen anzunehmen und das Beste aus dieser aufregenden Zeit herauszuholen. Wenn Du noch nicht Teil unserer großartigen Gemeinschaft bist, dann laden wir Dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nr. 1 Eine unaufhaltsame Sehnsucht nach Neuem erwacht in Dir Wenn sich die Sehnsucht nach etwas Neuem in Dir regt, öffnet sich oft eine Tür zu neuen Möglichkeiten und Abenteuern. Diese unbändige Lust kann ein starkes Zeichen dafür sein, dass Du bereit bist, aus Deiner Komfortzone auszubrechen und Dich neuen Erfahrungen zu öffnen. Es ist wie ein inneres Feuer, das Dich antreibt, Neuland zu betreten und Dich neuen Herausforderungen zu stellen. Vielleicht spürst Du eine unerklärliche Unruhe oder eine tiefe Sehnsucht nach Veränderung. Dieses Gefühl der Aufbruchstimmung kann Dich dazu inspirieren, neue Wege zu gehen, neue Menschen kennenzulernen und neue Horizonte zu entdecken. Es ist eine Einladung, Dich dem Unbekannten zu öffnen und das Leben in vollen Zügen zu genießen. 2. Deine Ziele rücken plötzlich in den Fokus Deines Lebens Mit einem klaren Fokus auf Deine Ziele wird Dein Leben mit einem neuen Sinn erfüllt. Plötzlich beginnst Du Deine Träume und Ambitionen ernsthaft zu verfolgen, anstatt sie nur als unerreichbare Fantasien zu betrachten. Es ist, als ob sich die Prioritäten in Deinem Leben verschieben und Deine Ziele plötzlich an erster Stelle stehen. Diese plötzliche Hingabe an Deine Ziele kann ein deutliches Zeichen dafür sein, dass sich eine wichtige Veränderung in Deinem Leben ankündigt. Vielleicht spürst Du eine innere Dringlichkeit, Deine Träume zu verwirklichen oder Du erkennst, dass es an der Zeit ist, mutige Schritte zu unternehmen, um das Leben zu führen, das Du Dir wünschst. 3. Du erkennst nun, dass Hindernisse auf dem Weg zum Erfolg wichtige Lektionen bergen. Wenn Du plötzlich beginnst zu verstehen, dass Hindernisse und Herausforderungen nur Stufen auf dem Weg zum Erfolg sind, ändert sich Deine Einstellung grundlegend. Anstatt Schwierigkeiten als unüberwindbare Barrieren zu betrachten, siehst Du sie nun als Chancen für persönliches Wachstum und Weiterentwicklung. Die Erkenntnis, dass Probleme Dir den Weg weisen und Dich in die richtige Richtung lenken können, verleiht Dir eine neue Perspektive auf die Hindernisse, denen Du begegnest. Anstatt Dich von ihnen entmutigen zu lassen, siehst Du sie als Hinweise darauf, dass Du Dich auf dem richtigen Weg befindest. Diese Veränderung in Deiner Denkweise kann ein starkes Zeichen dafür sein, dass Du Dich mitten in einer wichtigen Lebensveränderung befindest, die Dich zu neuen Höhen führen wird. 4. Du bist Dir nun klar darüber, was Du beherrschst und was nicht, wie niemals zuvor Inmitten bedeutender Veränderungen in unserem Leben wird es entscheidend, eine klare Einschätzung unserer Fähigkeiten und Grenzen vorzunehmen. Es ist an der Zeit, eine ehrliche Bestandsaufnahme durchzuführen und sowohl unsere Stärken als auch unsere Schwächen anzuerkennen. Während wir uns bewusst werden, was wir können und was nicht, gewinnen wir eine neue Klarheit über unsere Fähigkeiten und Grenzen. Es ist wichtig, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein und sich sowohl auf unsere Stärken als auch auf unsere Schwächen zu konzentrieren. Indem wir uns unserer Kompetenzen bewusst sind und sie akzeptieren, können wir uns besser auf die bevorstehenden Veränderungen vorbereiten und sie als Chance nutzen, unser volles Potenzial zu entfalten. 5. Dir wird klar, dass Du selbst die Verantwortung übernehmen musst, um die Dinge in die Hand zu nehmen. Inmitten bedeutender Veränderungen in Deinem Leben wird deutlich, dass die Initiative ergreifen und aktiv handeln unerlässlich sind. Es ist wichtig zu erkennen, dass radikale Veränderungen Zeit brauchen und nicht von alleine geschehen. Um Fortschritte zu erzielen und Dein Leben in die gewünschte Richtung zu lenken, musst Du selbst aktiv werden und die Verantwortung übernehmen. Das bedeutet, dass Du täglich Schritte unternehmen musst, um Deine Ziele zu erreichen und positive Veränderungen herbeizuführen. Sei entschlossen, Dich nicht von Rückschlägen entmutigen zu lassen, sondern jeden Tag einen Schritt nach vorne zu machen. Der Schlüssel liegt darin, sofort zu handeln und konsequent an Deinen Zielen zu arbeiten. Wenn die Veränderungen, die Du in Deinem Leben vornimmst, nicht unbemerkt bleiben, deutet das darauf hin, dass sich wirklich etwas Wichtiges in Dir vollzieht. Die Reaktionen Deiner Mitmenschen können ein Anzeichen dafür sein, dass Deine Transformation sichtbar wird und sich auf Deine äußere Erscheinung und Dein Verhalten auswirkt. Diese Erkenntnis ist ein weiterer Schritt auf Deinem Weg zu einem Neuanfang. Obwohl der Anfang dieser Veränderungen in Deinem Inneren liegt, können sie doch eine Wirkung im Außen entfalten und Einfluss auf Deine Beziehungen und Interaktionen haben. Es ist wichtig, die Reaktionen Deiner Mitmenschen zu bemerken und zu reflektieren, da sie Dir Hinweise geben können, wie Du Dich weiterentwickelst und wie Deine Veränderungen von anderen wahrgenommen werden. Nummer 7 Du nimmst jedes noch so kleine Detail wahr In Zeiten bevorstehender Veränderungen werden wir oft zu Beobachtern unserer eigenen Welt. Selbst die kleinsten Details entgehen uns nicht mehr und wir achten verstärkt auf die Feinheiten unseres Alltags. Diese gesteigerte Sensibilität kann ein Indiz dafür sein, dass wir uns inmitten einer Phase des Wandels befinden. Unsere Sinne sind geschärft und wir nehmen unser Umfeld genauer wahr als zuvor. Jedes noch so kleine Detail scheint von Bedeutung zu sein. Und unsere Intuition arbeitet auf Hochtouren, um uns wichtige Informationen zuzuspielen. Indem wir uns bewusst für diese feinen Nuancen öffnen, können wir besser verstehen, wie sich unser Leben verändert und welche neuen Möglichkeiten sich uns bieten. Nummer 8 Du findest in Büchern Deine engsten Verbündeten Bücher sind nicht nur Quellen des Wissens, sondern können auch zu treuen Begleitern auf unserem Lebensweg werden. Wenn Du plötzlich feststellst, dass Du vermehrt zu Büchern greifst und sie regelrecht zu Deinen besten Freunden werden, könnte das ein Zeichen für bevorstehende Veränderungen sein. In Büchern finden wir nicht nur Antworten auf unsere Fragen, sondern auch Inspiration und neue Perspektiven. Indem wir uns weiterbilden und neue Themen erkunden, bereiten wir uns unbewusst auf zukünftige Entwicklungen vor. Die Bücher, die uns am meisten fesseln, offenbaren oft auch unsere tiefsten Interessen und Leidenschaften. Daher lohnt es sich, den Büchern, die uns ansprechen, besondere Aufmerksamkeit zu schenken, denn sie könnten uns auf unserem Weg zur Verwirklichung unserer Träume führen. Nummer 9 Du ziehst Dich vermehrt in die Stille zurück Es ist nicht ungewöhnlich, dass wir uns vor bedeutenden Veränderungen in unserem Leben nach etwas Einsamkeit sehnen. Diese Zeit für uns allein ermöglicht es uns, uns zu sammeln und uns auf das vorzubereiten, was kommen mag. Wenn Du plötzlich das Bedürfnis verspürst, Dich zurückzuziehen und die Einsamkeit zu suchen, könnten dies Anzeichen dafür sein, dass Du Dich mitten in einer wichtigen Lebensveränderung befindest. In diesen Momenten der Stille und Reflexion können wir unsere Gedanken ordnen, unsere Ziele neu ausrichten und uns auf die bevorstehenden Herausforderungen vorbereiten. Es ist ein natürlicher Prozess, sich vor einem großen Schritt zurückzuziehen, um sich innerlich zu festigen und gestärkt hervorzugehen. Nummer 10 Eine Woge des Aufbruchs durchdringt Deinen ganzen Körper In dem Moment, in dem wir uns mitten in einer wichtigen Lebensveränderung befinden, kann unser Körper auf eine Art und Weise reagieren, die uns buchstäblich aufblühen lässt. Jede Phase unseres Seins scheint von Aufbruchstimmung erfüllt zu sein und diese Energie ist schwer zu übersehen. Es ist, als ob wir auf einer Welle der Veränderung reiten, die uns mit Lebendigkeit und Tatendrang erfüllt. Diese körperliche Reaktion ist mehr als nur ein Zeichen. Sie ist eine Bestätigung dafür, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden und bereit sind, die Herausforderungen anzunehmen, die vor uns liegen. Es ist eine erhebende Erfahrung, die uns daran erinnert, dass wir in der Lage sind, Hindernisse zu überwinden und unsere Träume zu verwirklichen. Nummer 11 Deine Tagträume sind lebendig und erfüllend wie nie zuvor Ein auffälliges Zeichen für eine bevorstehende Veränderung sind intensive und lebhafte Tagträume. Diese Träumereien sind mehr als nur Flucht aus der Realität, sie sind ein Ausdruck unseres tiefsten Verlangen und unserer Sehnsüchte. Indem wir uns in unsere Tagträume vertiefen, visualisieren wir unsere Wünsche und Ziele auf eine kraftvolle Weise. Sie dienen als Quelle der Inspiration und Motivation, die uns antreibt, unsere Träume zu verfolgen und unser Leben in die gewünschte Richtung zu lenken. Diese intensiven Tagträume können uns dabei helfen, Klarheit über unsere Ziele zu gewinnen und den Mut zu finden, die notwendigen Schritte zur Veränderung zu unternehmen. Nummer 12 Du distanzierst dich von bestimmten Personen und Tätigkeiten In Phasen des Wandels ist es nicht ungewöhnlich, dass sich unser Interesse an bestimmten Menschen und Aktivitäten verändert. Dies kann bedeuten, dass wir uns von Beziehungen oder Aktivitäten distanzieren, die nicht mehr zu unserem Wachstum beitragen oder uns daran hindern, unser volles Potenzial zu entfalten. Es ist ein natürlicher Prozess, sich von Menschen zu lösen, die nicht mehr mit unserer Entwicklung im Einklang stehen, sowie von Aktivitäten, die uns nicht mehr inspirieren oder erfüllen. Dieser Wandel ermöglicht es uns, Platz für neue Begegnungen und Erfahrungen zu schaffen, die besser zu unserem gegenwärtigen Weg passen und uns dabei unterstützen, uns weiterzuentwickeln. Unser heutiges Fazit Entdecke dein Potenzial Die Anzeichen einer bevorstehenden Lebensveränderung In jedem Leben gibt es Zeiten des Wandels, Momente, in denen wir spüren, dass etwas Großes bevorsteht. Diese Zeichen zeigen uns, dass wir mitten in einer bedeutenden Lebensveränderung stecken. Es sind Hinweise, die uns helfen, unsere Richtung zu erkennen und den Mut zu finden, den nächsten Schritt zu gehen. Wenn wir eine unbändige Lust auf etwas Neues verspüren und unsere Ziele plötzlich das Wichtigste für uns werden, sind wir auf dem Weg zu etwas ganz Großem. Wir verstehen, dass Schwierigkeiten Stufen zum Erfolg sind und dass wir die Dinge selbst in die Hand nehmen müssen. Unsere Mitmenschen bemerken eine Veränderung an uns und wir registrieren jedes noch so kleine Detail um uns herum. Wir suchen die Einsamkeit, um uns auf das Kommende vorzubereiten und unsere Energie spiegelt die Aufbruchstimmung wieder, die in uns brennt. Selbst unsere Tagträumer sind intensiv und lebhaft, voller Visionen von einer besseren Zukunft. Und während wir uns von manchen Menschen und Aktivitäten lösen und verabschieden, erkennen wir, dass dies ein notwendiger Schritt ist, um Platz für Neues zu schaffen. In solchen Momenten der Veränderung liegt eine unglaubliche Kraft. Es ist die Kraft, die uns dazu antreibt, unsere Träume zu verwirklichen und unser volles Potenzial auszuleben. Mögen diese Zeichen uns ermutigen, den Wandel anzunehmen und mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken, denn in jedem Ende liegt auch ein neuer Anfang. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald! Zuhören und bis bald!